Ich habe jetzt ihre Kamera gerade gefunden. Wir machen gerade ganz leckeres Essen und sie ist am Groove. Ja natürlich. Bitte macht sich was Gesundes. Wir nicht. Wir haben heute nur Süßigkeiten gegessen. Aber ich habe ab drei Äpfel gegessen. Sprich mir nicht ins Wort. Ich muss ein Video senden. Drei Äpfel ja schon gegessen. Ja, ich bin heute richtig gesund. So viele Äpfel habe ich noch nie mehr Leben gegessen. Und da sieht man jetzt ganz viel draußen und zwar nichts. Ja, hier ist jetzt die neue Wohnung hier. Ja, stimmt. Okay, warte. Wir müssen ein, wie nennt man das? Roomtour machen? Okay, wir machen jetzt. Nein, du musst, du musst mir nicht. Okay. Okay. Herzlich willkommen in unserer bescheidenen Wohnung. Stehen die uns nicht? Ja. Also, was hier ist der Esstück. Das war mein Esstück. Wir haben, wir wohnen nassgegend heute beim Reiten. Deswegen habe ich auch nicht gefilmt, weil das überhaupt nicht ging, weil wir auch zu gehagelt wurden. So, jetzt hast du... Ja, wir mal richtig schladen. Meine Wange war richtig. Okay. Hier ist unser Herd. Da ist Vita. Ist Tabea. Und, ähm, ja, hier ist die Spiele. Die Wohnung ist jetzt grad noch neu. Die ist heute Nacht erst fertig geworden. Also, ist halt so nicht so spektakulär. Da ist übrigens unsere Couch. Die ist echt bequem. Ja. Jetzt kommen wir ins Schlafzimmer. Sollen wir es damit scheiden? Ja, bitte. Sie sollen alles erfahren. Von der Schlafzimmer. Also, ich zeig mal nur meine. Nicht nach da Filmen. Da sind meine Sachen. Und jetzt zeig ich euch. Nein! Tabeas Sachen. Siehst man die? Ja. Ein bisschen. Ja, das waren Tabeas Sachen. Okay, Tabea, weiter. Deine Sachen sind auch noch da. Da ist Vita-Zimmer. Achso. Und da drin, was ich euch später zeigen kann, da ist das Bad. Da. Ja, ich konnte ich alles zeigen. Genau. Tabea, möchtest du weiter vloggen? Was machen wir jetzt noch? Ja, jetzt essen wir gleich noch. Wie immer. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch bald schlafen gehen. Zwinker, zwinker. Und morgen wollen wir joggen gehen, was wir eh nicht machen. Ich hab nicht gesagt, dass wir morgen joggen gehen. Ja, morgen ist eigentlich der beste Tag, weil wir erst um 13 Uhr reiten sollen. Ja, ich weiß. Ja, mal gucken, ob es regnet. Morgen, ja, wir sind heute im Strömen und wir irgendwie gesagt geritten. Und wir können euch dann sagen, wir das Essen mit Wasser gekocht haben. Ja. Ich zeig den Löffel nicht. Raus. Okay. Ich glaube, durch schon? Ja. Sonst wären sie ja nicht so weit. Aber jetzt kommt der Koff. Aber bitte, ja, aber bitte nicht mal mein Ende, ja? Ich hab gedacht, ich kippst jetzt alles. Ich hab das ablos. Ja. die Technik ist ja lustig. Hallo. Ich bin Rita. Wer bist du? Ja. Ja. Er ist Soni. buddy? Söne » employ« Veiget das essen sieht genauso aus alle sehen gleich aus und wir haben keine gewürze hier wir mussten uns gerade mal salz klauen ja außerhalb hat mir nichts ja jetzt haben wir uns gekauft ja genau so ausgeliehen aus gar nichts ja ich habe ja ich will nicht aufgenommen werden so ist so ein frisch ich habe mich überrascht ich habe mich überrascht ich habe mich überrascht Und on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays Und on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Und on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by thumb to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go I had a dream We were sipping whiskey neat Highest floor of the Bowery And I was high enough Somewhere along the lines We stopped seeing eye to eye You were staying out all night And I had a dream And I had enough And I had enough No I don't wanna know To have a dream I had enough So to give you 5 days You're still calling us To get up To get up And on and on we're going You're still calling us Vielen Dank.